Musik Hier in der Febikus-Kunsthalle Schaffhausen zeigt Andrea Goethe Fotogramme. Weil sie immer ortsbezogen arbeitet, verwendete sie Objekte aus dem Schaffhauser Spitzenrestaurant Fischerzunft, welches vor ein paar Monaten geschlossen wurde. Und Andrea Goethe war an der Liquidation und hat dabei zum Beispiel solche Tücher erworben, die sie nun für ihre Fotogramme verwendete. Musik Wir haben hier eine Arbeit, die mithilfe der Vernissagebesucherin entstanden ist. Wir haben einen kleinen Raum in eine Dunkelkammer verwandelt. Musik Tomozini und Opi de Bernardo arbeiten hier in dieser Ausstellung in Schaffhausen als Duo. Die beiden Künstler zeigen einerseits ältere Arbeiten, die schon bestanden haben. Das dokumentieren sie mit Fotografien und mit Modellen. Musik Des Weiteren gibt es eine Art Schachbrett, wo man die beiden Protagonisten als Schachfiguren sieht. Diese Arbeit illustriert eigentlich auch, wie sie arbeiten. Also sie tauschen Ideen aus, sie befragen sich gegenseitig. Und es gibt nicht die eine Idee vom einen, die dann richtig wäre, sondern es gibt eine Ganzheit. Musik 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 Musik